Herzlich Willkommen, liebe Zuhören und Zuschauer. Heute sind wir im zweiten Kapitel des zweiten Gründerbriefes aus der Bibel, dem Neuen Testament, das wir heute lesen. Und ich werde es euch auch dazu erklären. Legen wir los. Paulus schreibt, ich beurteile aber bei mir selbst dieses, das nicht wiederum zu kommen in Betrübnis zu euch. Ja, also hat in sich so, ja, es sich so ausgemalt, wie man es auch meinen könnte mit beurteilen, dass er davon ausginge, dass die Korinther in den Dingen, wo sie noch fehlgelaufen sind, wo Sünde noch im Spiel ist und desgleichen, dass das jetzt mittlerweile dann abgestellt wurde. Ja, weil wenn nicht, würde er ja wieder in Betrübnis zu ihnen kommen. Vers 2. Wenn gewiss demnach ich betrübe euch und wer es ist, der mich fröhlich macht, wenn nicht der betrübt wurde von mir. Ja, Ziel ist ja, dass derjenige, der betrübt wird, das ist ja der, der nicht ordentlich läuft, dass er natürlich umkehrt und nach den Ordnungen wandelt. Darüber kann man doch nur fröhlich sein. Und ich schreibe euch dieses selbe, dass nicht, wenn ich komme, Betrübnis haben möge, von deren es müsste mich freuen. Er geht also davon aus, wenn er es das nächste Mal kommt nach Korinth, dass alle, wie gesagt, in seinem Sohn-Zustand sind, dass er sich über alle freuen kann, anstelle betrübt zu sein und er denn auch jene betrüben müsste. Vers 4. Ausgewiss demnach vieler Bedrängnis und Beklemmung des Herzens, ich schreibe euch durch vieler Tränen, keinesfalls, dass ihr betrübt werdet, sondern die Liebe, dass ihr erkennen möget, welche Überfließen ich habe zu euch. Ja, natürlich, wenn alles in Ordnung ist und keine Probleme vor Ort sind mit den Gläubigen, dass da alles rund läuft, ja, umso besser. Dann kann man sich doch freuen, aber wenn nicht, dann ist das problematisch, weil wenn die Menschen trotz Paulus Worte damals nicht umgekehrt sind von ihren bösen Wegen, sieht es dann auch mit ihnen selbst nicht so gut aus. Ja, und er hatte natürlich die Hoffnung, dass alle sich bekehren zur Ordnung, zu den Geboten, zu den Gesetzen der Bibel und nicht nur einfach den Namen Jesus Christus in den Mund nehmen. Vers 5. Wenn aber jemand betrübt hat, keinesfalls mich hat er betrübt, sondern zum Teil, dass nicht ich beschwere euch alle. Genug dem solchen, die diese Schelte, die unter der Mehrheit. Ja, gab es ja wohl jemanden, der hat, wie gesagt, schlecht was Problematisches getan. Wir lesen im ersten Grund der Brief, dass da einige sehr, sehr fehl gelaufen sind von der Gemeinde in Korinth. Und wenn es jetzt da jemanden gibt, der immer noch so ist, problematisch, ja, aber er hatte die Hoffnung, dass jene umgekehrt sind. Ja, aber dennoch, ja, auch wenn er umgekehrt ist, hat die Gemeinde natürlich da auch Rücksicht drauf zu nehmen und zu sagen, Gut, der, als Beispiel, hat jetzt keinen sexuellen Verkehr mehr mit der Frau seines Vaters, ja, und ist umgekehrt. Und dementsprechend, ja, hat er ja nun, denke ich, auch genug Betrübnis gehabt, als Beispiel jetzt, wie gesagt. Und dementsprechend soll man natürlich dann auch wieder anders wandeln mit demjenigen. Vers 7, sodass im Gegenteil vielmehr ihr Gnade erweist und zusprecht, nicht etwa der übermäßigen Betrübnis verschlungen werden möge derjenige. Also auch hier, wie gesagt, wenn derjenige dann umgekehrt ist, dann soll man natürlich auch wieder sagen, ja, guck, bist wieder dabei, ne, vom Fehltritt zurückgekehrt. Darum, ich rufe zu euch, zur Geltung zu bringen, zu ihm die Liebe, aus ihm dann auch wieder so zu behandeln, sich zu erfreuen und ihn zu lieben, wie es sich gehört unter den Glaubensgeschwistern. Denn dazu gewiß demnach auch ich schreibe, dass ich erkennen möge die eure Bewährung, ob zu allen Dingen ihr gehorsam seid. Nicht jetzt also allein um die Geschwister, die dort in Sünde lebten, die dann umgekehrt sind und diese Dinge nicht mehr taten, sondern dass auch der Rest der Gemeinde in Ordnung und wie es sich gehört dann auch mit jenen umkehrt, wenn sie dann, wie gesagt, davon umgekehrt sind. Welchen aber irgendetwas ihr gnädig vergebt, so auch ich, und gewiß demnach ich, wenn irgendetwas ich vergeben habe, welchen ich vergeben habe, um eures Willen im Angesicht Christi. Also auch er sagt, klar, wenn jemand da denn umgekehrt ist, dann hat auch Paulus mit jenen überhaupt gar keine Probleme mehr. Er verspricht es ihnen in Christus, dass nicht wir übervorteilt werden von des Satans. Keinesfalls gewiß demnach seine, die Gedanken sind uns unbekannt. So dass halt hier auch wieder, ja, wenn hier zwar Umkehr da ist von den Betroffenen, aber die anderen nicht mit jenen dann wieder ordentlich umgehen, ja, in der Bruderliebe, in der Geschwisterliebe, ja, dann würde letztendlich auch der Satan, der Feind, sich dieses Verhalten zunutze machen, weil das ja auch wieder denn gegen die Ordnung Gottes ginge. Ja, und dementsprechend soll man dem Satan, dem abtrünnigen Engel, ja, kein Raum geben. Kein Raum, dass er diese Situation dann ausnutzt für sein Königreich und, ja, vor Gott dann tritt und beklagt. Aber als ich kam hinzu des Troas, sagt Paulus, zu der Verkündigung des Evangeliums, des Christus, also Christus Botschaft dort zu verkündigen, und eine Tür mir geöffnet wurde im Herrn, also irgendwie hat sich eine Gelegenheit geboten, jetzt zu wirken, Keinesfalls ich habe gehabt Ruhe in dem meinem Geist, denn nicht fand ich Titus, den meinem Bruder. Ja, auf einer Missionsreise und irgendwie ist dann da der Glaubensbruder, der mitgewirkt hat, abhandengekommen. Ja, sondern, mich verabschiedet von ihnen, kam ich nach Mazedonien. Ja, hat ihn dann nicht gefunden und ging dann nach Mazedonien, nachdem er wahrscheinlich eine Zeit lang gesucht hat. Aber, ihn nicht gefunden, aber die Arbeit muss ja weitergehen. Dem aber Gott sei Dank, dem alle Zeit im Triumph mitführenden uns, in dem Christus und den Geruch, der seine Erkenntnis offenbar zu machen, durch uns an jedem Ort. Ja, also hier natürlich Gott, der Gott Israels und sein Sohn Jesus Christus soll ja verkündigt werden, als ein angenehmer Duft überall auf der Welt. Da Christi Wohlgeruch wir sind, dem Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die umkommen. Ja, dem einen riecht es nicht gut, für den anderen riecht es gut, also das Gegenteil. Der eine mag die Botschaft hören und fühlt sich angenehm und der andere mag es überhaupt gar nicht. Ja, aber, hier wird es beschrieben, ja, dass die Apostel, die Jünger Jesu, die Missionare, dass sie natürlich in Christus, ja, ein Wohlgeruch sind, dem Vater. Ja, unter denen, die natürlich gerettet werden. Weil, manche wollen ja nicht, ne, die werden dann aber umkommen. Aber dennoch wird der Wohlgeruch Christi dort bleiben. Welchen zwar ein Geruch, also den, man kann das auch übersetzen, welchenjenigen zwar ein Geruch des Todes, also, oh ne, danke, sterbe ich lieber, zum Tod, welchen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Oh, gute Botschaft. Ja, ich kehre um, ich nehme das Erlösungsgeschenk von Gottes an. Und zu dieses, irgendwer ist tauglich? Ja, die einen werden sich so entscheiden, die anderen werden sich so entscheiden, bis sie am Lebensende. Keinesfalls gewiss demnach wir sind wie die vielen, die verschachern das Wort des Gottes, sondern wie aus Aufrichtigkeit, sondern wie aus des Gottes, vor dem Angesicht des Gottes in Christus, wir sprechen. Ja, also natürlich, Paulus als Missionar, der den Auftrag hatte von Gott, diese Botschaften, das Evangelium, ja, die Wahrheit an die Menschen zu bringen, ja, haben das so getan, wie es sich gehörte. Aufrichtig heißt es, ja. Und nicht wie andere, die damit, ja, so wie es sich nicht geziemt umgegangen sind, das Wort zu verkündigen. Ja, für eigene Zwecke, Sektierertum, viele Punkte können dort sein, die Paulus hier meint, wo halt Menschen nicht so wie Gottes wohlgefällig ist, das Wort Gottes verkündigt haben. Überall, ja, von den möglicherweise sogenannten Christen sogar noch, ja, auch zu jener Zeit schon, ja. Ja, das war es schon wieder, das kurze Kapitel 2 aus dem zweiten Korintherbrief. Ja, hier wieder alles voller Ermahnungen an Christen, als auch an jene, die nicht umgekehrt sind, und der Zustand, der dargelegt wird, dass es immer Menschen geben wird, die werden hören und andere durch den freien Willen werden es ablehnen. Ja, so ist das nun mal. Und Paulus bleibt dran und sagt, aufrichtig müssen wir das Wort Gottes verkündigen, ja, und zwar genauso, wie Gott es gegeben hat und kein Drumherum und verfälschen und teuer verkaufen, was auch immer, ja, oder irgendwie viele einen Zwecke missbrauchen unter den Menschen, unter den Völkern, das hebt hier Paulus auch nochmal hervor. Ja, mein Lieben, das war's für heute schon wieder. Dann, so Gott will, nächstes Mal wir uns Kapitel 3 widmen und ihr könnt im Kommentarbereich noch Fragen schreiben, Anmerkungen zu dem Kapitel, falls dem so sein sollte, Bedarf da ist. Und ja, wenn ihr diese Lesung und Auslegung des Textes gerne weiter unterstützen wollt, dann findet ihr dazu auch im Informationenbereich die Möglichkeiten, wo ihr das tun könnt. Und, wie gesagt, so Gott will, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und gehen dann durch das dritte Kapitel. Bis dahin, Gottes Segen und Shalom.